Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man bei Windows 10 eigentlich den Standardbrowser von zum Beispiel Microsoft Edge auf Google Chrome oder auf Firefox ganz einfach ändern kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst mal muss ich mir den gewünschten Browser in der neuesten Version herunterladen. Hierfür am besten bei Google mal reingehen, anschließend Google Chrome Downloaden Windows oder auch Firefox Downloaden Windows hier eintippen. Danach suchen wir jetzt einfach mal und bei mir ist auch schon hier die dritte Webseite www.google.com, was sich auf jeden Fall gut anhört. Da klicke ich jetzt mal drauf und dann sind wir nämlich auch schon auf der offiziellen Webseite von Google, wo ich das Ganze jetzt halt herunterladen könnte. Das selbe Spiel schaut bei Firefox relativ ähnlich aus. Hier muss ich das Ganze natürlich doch Schritt für Schritt einfach durchziehen, was ich jetzt aber auch schon gemacht habe. Wenn wir alles richtig gemacht haben, kann ich hier unten links mal auf das Windows Symbol drauf gehen, dann hier oben bei Einstellungen drauf klicken. Anschließend muss ich noch hier drüben bei Apps einmal drauf gehen, hier auf der linken Seite noch Standard Apps auswählen und dann können wir nämlich hier unten auch schon bei Webbrowser erkennen, was unser aktueller Webbrowser auch ist. Zum Ändern muss ich anschließend noch einen einfachen Linksklick mit der Maus drauf machen und wir können jetzt auch schon die gedownloadeten Webbrowser sehen, die ich auf jeden Fall auswählen könnte. Danach einfach nochmal einen Linksklick hier drauf machen und dann wird das alles auch schon automatisch aktualisiert. Und somit haben wir jetzt auch schon unseren Standard Webbrowser bei Windows 10 richtig geändert. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den beliebtesten PC-Zubehörprodukten. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.